Hallo, da bin ich. Hallo, Zorgulino. Los, wirf Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Das ist ja eine Schatzkarte. Oh, tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm, das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm, im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns das sehen. Mhm. Und, hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich hab eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Hä? Ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Zorgulino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich seh noch mal im Wohnwagen nach. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Monty? Bist du das? Wow, Schokoeier. Das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty Huhn. Gok, gok. Hm, lecker. Bäh. Der ist wohl faul. Ah, ich weiß was. Und fertig. Hm. Oh? Äh. Hm? Hm. Hm? Hm? Ah! So. Und fertig ist die Hühnerschaukel. Ah! Willst du mitschaukeln? Ja. Wo bleibt denn Zobolino? Da. Hm. Ich liebe Erdbeer. Ah. Erdbeermarmelade. Und. Hm. Und. Hm. Und hopp. Tada. So. Danke. Jetzt den. Und den. Und den. Und den. Achtung, es geht los. Hallo. Da bin ich. Hallo Zobolino. Oh. Oh. Hä? Na, warte. Jetzt hab ich dich. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tomodino! Boah, ist das cool, danke! Ah! Wer will Kuchen? Ich! Und unser Kalito? Das sah so lecker aus! Ist nicht schlimm. Ich liebe Apfelkuchen. Wer will ein Stück? Ich! Kommt, wir kicken! Au, ja! Was hast du? Wo denn? An den Füßen? Ich sehe da nichts. Die Ohren vielleicht? Nichts. Die Nase vielleicht? Hallo! Da bin ich! Hallo, Tomodino! Abstoß! Hinterher! Den schnapp ich mir! Achtung! Kalito! Oh, oh! Nein! Gehalten! Ups! Oh nein, ich habe die Schale kaputt gemacht. Macht nichts! Die kleben wir! Das ist ja ein super Kleber! Ein super Mupidu-Kleber! Guck mal, was der noch kann! Und jetzt über Kopf! Hey, es klappt! Äh, nicht! Huch! Danke! Oh, ich klebe fest! Warte, ich helfe dir! Äh, äh, komm schon! Äh! Oh, jetzt kleben wir beide! Hilfe! Danke, Tomodino! Bitte schön! Hallo! Da bin ich! Hallo, Tomodino! Was hat es denn? Vielleicht ist es verletzt und kommt nicht alleine runter. Dann müssen wir es retten! Komm her! Oh, ich soll deine Küken retten? Na, komm mal mit runter! So, hier seid ihr sicher! Gut gemacht, Tomodino! Oh, hallo Küken! Oh, wie süß! Da kommt deine Mama! Guck mal, es denkt, du bist deine Mama! Nein, Küken, ich bin nicht deine Mama! Ich hab eine Idee! Jetzt sieht seine Mama aus wie du! Ach, du warst das! Hey! Hey! Hm, ah! Tada! Hallo! Da bin ich! Hallo, Tomodino! Kommt, wir basteln Indianerschmuck! Oh, ja! Tada! Aber ich hab nur eine Feder! Wir suchen dir eine zweite! Entschuldigung, Frau Hohn! Hier ist nichts! Hier auch nichts! Ah, da! Ah, mach doch wohl, Lino! Oh! Dein Indianerschmuck ist der schönste! Au! Heya, hoa! Heya, heya! Heya, hoa! Heya, hoa! Heya, hoa! Heya! Psst! Achtung! Bleist Gesicht! Echt! Wenn du ihr Debett schraubst, gehst du, oder? Was kitzelt denn da? Ach du, was das? Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Wann bist du endlich fertig? Gleich. Oh nein. Nein, nicht in den Teig. Gut gemacht, Togolino. Ich wasche die Kirschen für den Kuchen. Ich fülle den Teig ein. Und fertig. Ich habe sie alle aufgegessen. Dann nehmen wir eben was anderes. Die Rosinen da oben? Genau. Und helfen. Hey, super, Togolino. Mh, der sieht so lecker aus. Kalito, erst wenn Florina da ist. Nur mal schnuppern. Gesundheit. Ah, zwei Monster. Da bist du ja endlich. Keinen Schutt weiter. Aber ich bin es doch. Togolino. Das Geheimwort. Äh, Mupidu? Richtig. Mh, lecker. Ihr seht echt muselig aus. Mh, das war lecker. Mh. Guck mal. Ein Gesicht. Was wird das? Ah, ein Auto. Mh, mh. Ein Schaf. Nein. Immer noch nicht? Das bin ich, Togolino. Genau. Warte, da fehlt noch was. Was denn? Warte, da bin ich. Hallo, Togolino. Und Schuss. Oh. Wo ist der Ball denn hin? Der ist weg. Hier ist er nicht. Hm. Hä? Frau Huhn. Darf ich mal in die Nest sehen? Aha. Ab ihn. Du bist dran, Florina. Hm. Hä? Wo schießt du denn hin? Bart's ab. Super gemacht, Florina. Toll. Ups. Achtung. Hey. Hey, bravo, Togolino. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Hallo. Oh, das ist die letzte. Ich oder du? Äh, wir zählen aus. Eins und zwei. Ich und du. Mäh und mu. Mu, pi, du. Für dich. Hä? Aha. Hey, Kalito. Hä? Diese Erdbeere gehört Florina. Äh. Ah. Mu, pi, du. Na gut. Hau rein. Nein. Bereits? Gib mir ein Wow. Hup. Wow. Gib mir ein Mäh. Oh. Mäh. Gib mir ein Mu. Mu, pi, du. Ha, 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 ha. Wow. Und hopp. Mu, pi, wow. Du. So, so, so. Und fertig. Okay. Und hopp. Mu, pi, du. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Vorsicht, Huhn. Oh. Oh. Ach. Oh. Bitte schön. Super. Mh. Mh. Oh nein. Das rücknet. Ah. Ja! Hallo! Da bin ich! Hallo, Zogolino! Und los! Alle! Hopp! Tada! Hey, guck mal, was die Hühner da machen! Einen Turm, wie wir! Wo ist Kalito? Ah, da! Hallo! Hey, Togolino, komm hier lang! Und hopp! Super, Gonti! Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an! Viel Spaß und bis gleich! Dein Togolino! Bis zum nächsten Mal!